Servus YouTube zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute etwas mitgebracht. Black Dumbles, also Crank Nuggets und Affeltasche. Hier ist das wichtige Menü. Bombs. Kitschum. Und... Der Royal Käse. Da zittert jedes Käsebrot her. Und einen Double Chase. Warum habe ich denn hier McDonalds mitgebracht? Ich habe hier McDonalds mitgebracht, weil wir heute ein paar Sachen ausprobieren, und zwar ein paar Spiele. Ach, ohne Kohle habe ich vergessen. Und zwar, kurz Hintergrundinfo zu dem Menü hier. Ich habe das hier bestellt über Lieferando. Wurde tatsächlich geliefert über Foodora. Ist Wurscht. Da gab es einen kleinen Fehler dann. Die Affeltasche wurde vergessen. Die habe ich mir jetzt geholt, direkt von der Filiale. Als Entschuldigung habe ich dann noch einen Artikel nach Wahl bekommen. Und da ich ja sowieso dann ansonsten noch Chick-McNuggets gewollt hätte. Dann habe ich mir also Chick-McNuggets ausgesucht. Gut. Das zu dem Hintergrund. Hier ist das jetzt während wir ein bisschen zocken. Und zwar wollen wir zocken. McDonalds Games. Also lizenzierte Games, die von McDonalds produziert worden sind. Oder die McDonalds hat produzieren lassen, wo es halt um McDonalds an sich geht. Ich zeige euch zum Beispiel jetzt anhand eines Beispiels. Ich habe jetzt meinen Xbox 360 Controller für konfiguriert. Für die nächsten Spiele wird das auch so sein. Ja. Copyright. McDonalds Corporation. Ja. Darauf erst einmal. Aha. Oh. Hm. So. Was haben wir denn für eine Story? McDonalds. Ein Zelt. Ach. Scheiße. Alle. Boah. Boah. Mit dem will ich nicht in Zelt. Oh. Und? Aha. Ich will jetzt nicht übersetzen. Äh. Englisch. Kind ist erforderlich. Upsala. Aha. Als plötzlich was. Ach du Scheiße. McDonalds Wolken. What the fuck. Okay. Ronalds Clubhouse. Clubhouse. Vier Karten brauche ich. Oh. So. Ich habe vier Leben. Und null Arches. Also diese Bögen. Die sehen wir hier oben. M. Level 1. Ah. Ich wusste es. Okay. Wie bekomme ich die zwei oberen hier? Keine Ahnung. Aha. Äh. Kann ich das Ding nicht? Ähm. Dann werde ich dieses Viech mal meiden. Äh. Da oben ist nichts. Ja. Ficken. Okay. Ich kann mal darauf. Das ist okay. Was ist das für ein Viech? Eine Blume. Eine fucking Blume. Fick dich. Der hat. Ach. Der. Die Stimme. Das ist also nicht wie Mario. Das ist doch Wahnsinn. Okay. Das eine Blume. Wir versuchen jetzt fertig zu machen. Das machen wir jetzt. Hm. Wo stehe ich drauf? So. Ah. Fick dich doch ins Knie. Die wollte ich doch nicht treffen. Ah. Okay. Nein. Nein. Das hat sich voll gebracht, Alter. Null. Null. Null von diesen. Ist mir scheißegal. Ich habe jetzt einfach keine. Waaaat. Waaaaat. 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 Ich weiß jetzt gar nicht, wie das was abgezogen hat. Ich habe keine Ahnung. ich habe das spiel jetzt ab alter was auch immer das bedeuten mag aber nichts gutes für das spiel was ist das für ein tipp? ein kuppel! irgendein kuppel tipp oder so ok was war das noch was? ah! ja! geil! oh geil! muss ich also draus stellen und aha komm du scheiße ich krieg auch noch so so läuft die scheiße fuck alter so ne fix scheiße okay wow das war ein das war scheiße ich glaube darauf haben wir jetzt kein bochen mehr ok mcdonald's treasure island adventure wow wohl 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 ich will es selbst spielen ich will es selbst spielen ich hab es gar nicht auf den zugedrückt scheiße eines tages Ich weiß nicht, wo der Rest der Trezern-Map ist, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo der Rest der Trezern-Map ist, aber ich weiß nicht, wo der Rest der Trezern-Map ist. Ich weiß nicht, wo der Rest der Trezern-Map ist, wo der Rest der Trezern-Map ist, wo der Rest der Trezern-Map ist. Ich weiß nicht, wo der Rest der Trezern-Map ist, wo der Rest der Trezern-Map ist. Ich weiß nicht, wo der Rest der Trezern-Map ist, wo der Rest der Trezern-Map ist. Ich weiß nicht, wo der Rest der Trezern-Map ist, wo der Rest der Trezern-Map ist. Ich weiß nicht, wo der Rest der Trezern-Map ist, wo der Rest der Trezern-Map ist. Ich weiß nicht, wo der Rest der Trezern-Map ist, wo der Rest der Trezern-Map ist, wo der Rest der Trezern-Map ist. Ich weiß nicht, wo der Rest der Trezern-Map ist, wo der Rest der Trezern-Map ist, wo der Rest der Trezern-Map ist. Was hat das jetzt? Was hat das jetzt? Man kann sich nur verlieren. Was ist das Gehen ab? Alter! Das gibt es doch alles nicht. Ist das alles unfaire Spiele, oder bin ich zu scheiße für hier Jump-Run-Game? Ich bin auf Zeit! Ich glaube, haben wir so bescheuert das Spiel. What? Sag mir halt, dass ich da nicht hin darf. Boah, ich dachte schon, ich fahre jetzt wieder da runter. Jetzt fahre ich schon wieder da runter! Hahaha! 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 Ja Leute, bring mich hier um, Alter! Scheiße! Ahh! Yeah! Das war voll... Oh, Scheiße! Oh Mann! Diese blöden Schleimkugel, Alter! Das muss sein! Ja! Alter! Alter! Scheiße! Scheiße! Ich gehe so leicht, wenn ich damit um... Hau schon, nein! Hau, ha, 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 ha! Nein! Okay, gehen wir ober! Ich pack, Jump-Run-Spiel nicht! Hau, ha, 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 ha! Ich liebe es! Aha! Hau, ha, 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 ha! Ein... Ein virtuelles Mac-Menü! Hau, ha, ha, ha! Hau, ha, 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 ha! Wow! 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 Das kann ja nicht schwierig sein, doch schauen wir mal! Okay! Okay, ich habe das... Die hehehehe! valor weu saúde! WOLO! Ich bin so ein Bannerballer, Alter. Oh, mein Bauch. Oh, geil, was denn das für eine Scheiße? Oh, das hält mich am Arsch. Okay, ich probiere es aus. Ui, ziemlich hoch. Ja. Nee. Ein Künstler. Spann, Künstler. Oh, Akursfach, schön. Ja. Ja. Ja, ist nett. Gucken. Unity. Ich jetzt erst. Heiße Scheiße. Magazin. Ich weiß nicht, was das ist, aber die Musik ist geil. Ich liebe sie. Was? Was ist das denn? Oh, arabisch. Es geht nah. Dann, wir wissen ja, dass Mr. Happy Meal oder wie auch immer das Scheißviech heißt. Wir wissen ja, dass das Ding gelb ist. Also machen wir das hier gelb an. Er ist böse. Also gehen wir den gegen einen. Ich mache das jetzt mit dem Stift. Geht besser. Ach, das lässt er gar nicht zu. Auch gut. Dann schaust du auf den Stift. Wer will das schon? So. Wir wissen, dass er böse ist. Deswegen machen wir rote Augen rein. Muhaha. Ja. Ballons sind alle schwarz, weil sie alle mit Kohle gefüllt sind. Macht natürlich keinen Sinn, aber ist egal. Der Happy Meal will alle Kinder vergiften. Er hat noch nie was von Zähneputzen gehört. Deswegen sind die Zähne Grau und Gelb. Hätte ich auch machen können, aber das würde Zähne in dem Fall nicht passen. Boah, ist das böse hier. Und was mit neues Logo über alle wissen, alle ist blau. Ja. Und da blutet es raus. Also das ist da jemand umbracht. So. Geil. Okay, das war's. Ich liebe es. Was ist das? Das war's für ein Spiel. Freak nur heute. Oh. Wow. So eine Art Spiel ist das. Wow. Ich bin begeistert. Das ist gar nicht langsam. Das ist bescheuert. Einer sitzt da mit so einer vollen, wohlgemerkt, vollen Cola-Becher, der andere mit dem Strohhalm dazu. Wir machen genau das in einem McDonalds-Restaurant. Wieso will dir das ausschauen? Das ist doch, ich weiß nicht, bescheuert. Ich muss wischen, nach oben wischen. Dann kann ich mir die Hähnchenbrustfilets schnappen für meinen leckeren Wrap. Mit dem absolut nicht psychedelischen Hintergrund, der absolut nicht potenziell gefährlich ist für epileptische Leute. leichte. Das ist ein leichtes Spiel jetzt. Ja, also ich könnte das nicht ganz am Tag machen. ich meine, das ist jetzt... Wow. Cheese Ninja. Was ist denn das? Ich will sagen... Cheese Ninja. Danke. Ist das gleiche wie vorhin? Ja. Das gleiche wie vorhin, nur mit Cheeseburgern und das ist schwieriger, weil da weniger Fläche hast zum Schießen und mehr Fläche hast zum daneben Schießen. Sagen wir mal so, dass es nicht so eine große Fläche, die du da spielen kannst. Ihr wisst schon, was ich meine. Machen wir also aus Hamburgern Cheeseburger. Das ist super toll. Nehmt auf. Fuck. Nehmt das scheiß Cheeseburger. Nehmt das, nehmt das und das und das und das. Ja. 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 Scheiß, man. Chicken Burger Fight. Ich wollte sagen... Ach, das ist doch ein Bug, oder? Was ist das denn? Was ist das denn? Ah, mal gucken. Vielleicht. Check das. Das ist scheiße. Chicken Defense. Was ist das? Ich muss die Leute fernhalten, die diese leckeren Unwiderstechen Burger essen wollen. Und zwar so. Oh ja. Oh ja. Komm, nein. Hier greift diesen leckeren Burger nicht an. Und auch hier haben wir keinen Hintergrund Musik. hier haben. Das ist super. Was passiert, wenn ich einen direkter... Ah, nee. Gehe ich gar nicht. Ha! Was? Nein. Erstmal continue. Ha ha ha. Ich krieg den niemals. Niemals. Hamburger Fevers. Hamburger Fevers am letzten. Ah, ja. Wieder ein Buchspiel. Ich muss den Mund treffen. Ich muss jetzt einen Kunden füttern, so wie es bei McDonalds üblich ist. Ich bestelle jetzt einen Hamburger und der wird in die Fresse geschossen. Das ist geil. Das brauche ich. Den Service möchte ich auch haben. Und die Burger, die daneben gehen, die können sich die anderen Leute schnappen. Das ist dann so ein... Jedes Mal, wenn ich einen daneben werfe, verschwende ich einen Euro noch. Das sind jetzt also deutsche Preise meine ich. 1,10 Euro oder so. Wenn es ein Hamburger ist. Oder? Ja, es ist nur ein Hamburger. Mann, du scheiß... Oh, shit. Drwal. Wieder so ein polnisches Spiel. Ich befürchte, dass wir das wieder nicht spielen können. Aber ich probiere es trotzdem mal. Ja, ja. Dort. Okay. Level 1. Ich will selbst selbst, wie es geht. Ich sagte Level 1. Ah, er muss zu einem Burger gehen. Bravo! Bravo, bravissimo! Anderlei. Gut. Mal gucken, was haben wir da? Oh mein Gott, ist das... Alter, ist das schwer. Das ist das Portal ein Scheiß. Dagegen leckt mich doch am Arsch. Darauf ein Chicken Nugget, Alter. Bravo! Schön, dass ich dir helfen konnte. Ich verstehe ein polnisches Mobile Game. Gebt euch das mal. Ist das nicht geil? Schau mal. Haha. Konnitzkrie. Haha. Puff Torks. Haha. Schwarz Burger. Ich bin ein Burger. Okay. Das war's also. Na gut, dann bis zum nächsten Video. Tschau. Tschau.